Jetzt habe ich es halt in dem kleinen Fenster schon wieder, ne, das ist... Das Problem ist, wenn ich das jetzt auf ON mache, ist es auf einem anderen Monitor. Und davon habe ich nichts. Wenn ich das jetzt so mache und dann aufordnen, nur Option wollte ich, beziehungsweise möchte ich. Naja, gut. Dann haben wir unsere Einstellung ja jetzt wieder. Muss ich weiterhin auf Vollbild verzichten. Geht ja nicht anders. Ich glaube, ich muss niesen. Oder auch nicht. Ich lege mir das Tuch einfach mal hin und habe dann vorsichtshalber natürlich etwas da. Falls ich doch niesen muss, beziehungsweise diese sollte. Oh! Oh! Ich hole in die... Wochen hier rein, äh in die Manter hier rein. Da ist er, ich habe ihn erwischt. Piu! Ich habe es natürlich nicht pünktlich weggeschafft. Also in die Base geschafft. Nicht pünktlich weggeschafft und auch nicht pünktlich in die Base geschafft. Ups. Ist heute schon noch Treffen. Wollte grad sagen, da komm her. Bitte Bas, wieso habe ich... Wieso habe ich dir verfehlt, Alter? Sag mir das meiner. Sag mir mal bitte einer, wie ich dir verfehlt habe. Schieß dich einfach unter dir und drunter, ey. Also drunter durch. Wieso? Da ist er. Du hast hier oben nichts zu suchen. Stell dich mal nach unten. Ich weiß nicht mehr, was ich da oben gedacht habe, dass ich den da hingestellt habe. Aber der gehört definitiv hier runter. Pass. Nur das gekochte Zeug. Nur die gekochten Sachen. Das andere kann oben bleiben. Ui, Geronimo. Es geht ein bisschen sehr tief runter. Ich habe gerade echt kurz Angst bekommen, dass das irgendwie nicht so ist, wie es sein soll. Ach nee, das ist nur wieder Eisen, richtig? Ach nee, das ist tatsächlich Mangenis, das brauche ich. Na, hier dürfen auch die Kraken wieder sein, oder? Oder sind die erst bei den anderen? Na gut, egal. Was heißt hier erst bei den anderen? Also wenn die da jetzt nicht rumschwimmen, die Kraken, beziehungsweise hier allgemein, was sie ja nicht tun, dann sind das auch nicht die Kristalle, die sie beschützen. Ich weiß gerade nicht, ob es schon dunkel ist. Ne. Sieht nicht dunkel aus. Ey, das ist halt echt mega tief hier, ne? Nein. Es hat nicht gereicht. Habe ich auch noch nie gehabt. Dass das so tief ist, ey. So, 21. Ähm. Hier war die Karotte. Aber noch ein bisschen Gemüse dazu. Ja, lass mich runter hier. Ich glaube, ich kehre da einfach nochmal zurück, ne? Bisschen Zeit durfte ich ja noch haben. Der Animellllllllllllllllllllll.... Ich bin ohnehin nicht in einem Zug hoch gelange. Kann ich auch direkt von Anfang an so ein bisschen, ne? Ein bisschen Pause machen. Ich glaube den Rest schaffen wir, oder? Ja, das sieht gut aus. Da sehen wir schon unsere Base. Wurste was trinken? Ah, da ist noch Hei. Okay. Oops. Oh vahey. 20 Manganese. 10 Kupfer, 1 Gold. Ich habe kein Gold. Ist das dein Ernst? Ach, Mann. Jetzt bin ich schon so schön nah dran. Und dann habe ich halt einfach kein Gold. Ich habe kein Gold. Oh. Vielen Dank. Es sind alles Bohnen. Ich brauche Kartoffeln. War ja wieder klar. Ich habe es halt wieder falsch rumzu. Machen wir das auf diese Weise. Jetzt habe ich hier so ein kleines Löchlein, welches ich einfach runter ins Wasser könnte. Machen wir uns mal so eine sonstiges Truhe. Da gehören natürlich auch die anderen Truhen rein. Ist ja wohl logisch. 50, 20, 20, ja. Was ist das? Also nicht das Wrack hier, sondern das kleine daneben. Naja, egal. Los, nicht removen. Gar keinen Fall remove machen. Und dann holst du auch nach Pace rüber. Oh nein. Oh nein. Ich sag ja, oh nein. Was? Ja, wo ist denn jetzt nochmal drei? Oh, da sind die Nächsten. Hey da. Ich sehe euch nicht. Na, löse. Bereit? Oh, verdammt, aber ich habe ihn getroffen. Ah, verdammt, viel zu weit von der Base weg. Von der Base, zu der ich möchte. Verdammt, Alter, da sind einfach mal zwei. Oh, und ich will mit den Nächsten rein. Eine schwimmenden Untertassen sagen bisher noch keine Gefahr. Also greifen halt nicht an. Oh, nein. Oh, verdammt, hier sind direkt zwei. Oh, Scheibengleiser. Ich habe zu spät, ähm, zu spät reagiert. Ich habe zu spät, ähm, zu spät, ähm. Ich habe zu spät, ähm, zu spät, ähm, zu spät, ähm.